Seid gegrüsst Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Ghost of Tsushima. Hier ist euer Don. Willkommen zurück, liebe Freunde. Wir befinden uns hier beim Heilfelsschrein. Und ja, er ist abgeschlossen. Das ist auch einer der Schreine, bei dem die Aufnahme nicht richtig funktioniert hat. Und ich habe mir vorgenommen, diese trotzdem nachzuholen, der Vorständigkeit halber. Darum ist auch Gin ein bisschen anders angezogen. Aber nichtsdestotrotz. Gehen wir mal... Okay, das kann ich auch. Oh wow. 2 Millionen Fröscheir. Okay, interessant. Also, Jungs. Dass es jetzt dunkel geworden ist, macht es das ein bisschen schwieriger. Aber ihr seht, das städtische Werk hat die Lichter eingeschaltet. So... So... Sollte jetzt kein Problem sein. 1... ... ... ... ... ... ... ... Okay, darauf komme ich nicht. Okay, so wie es aussieht, Benny beim ersten Mal falsch aufgebogen. Ich muss versuchen, irgendwie hier runterzukommen. Der Schrein ist dort drüben und am ersten Mal bin ich komplett falsch gelaufen. Okay, das sieht schon viel viel besser aus. Und ja, es sieht wie Uncharted 4 aus. Das ist ein bisschen hier, Indre Hügel. Hier wurde es uns einfach gemacht. Wunderbar. So, auch hier wieder ungefähr auf dieser Höhe sollte dann R2 mit Schreinheeren erscheinen. Dann wird Jin den Schreinheeren. Danach schaut euch hier ein bisschen um. Im Normalfall gibt es noch Material zum Mitnehmen. In meinem Fall ist es schon weg. Und danach kommt ihr wieder zurück hierher und mit R2 Schrein verlassen. Und dann werdet ihr wieder automatisch hierher zum Anfang gebracht. Okay, und das war es auch schon für diesen Schrein. Und ich hoffe, es hat euch auch Spass gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.